Honda steckt aktuell in der tiefsten Krise seiner MotoGP-Geschichte. Teammanager Alberto Putsch reagiert deshalb mit einer Liste an hilfreichen Ingenieuren, die dem Projekt wieder auf die Sprünge helfen könnten. Aber in der HRC-Zentrale hat man daran kein Interesse. Nur ein Sieg in den letzten 30 Rennen, die Plätze 13, 16, 19 und 26 in der Fahrer-WM. Das Werksteam auf dem letzten Platz der Teamwertung. Hondas MotoGP-Bilanz zur Sommerpause 2023 spricht eine deutliche Sprache. An fahrerischem Talent mangelt es im HRC-Kader definitiv nicht. Marc Marquez und John Mirr kommen zusammen auf 10 Weltmeistertitel. Alex Rins ist ein mehrfacher Rennsieger in der MotoGP. Und auch Dakaki Nakagami hat zu besseren Honda-Zeiten immer wieder Talentproben abgeliefert. Mit der aktuellen Honda 213V kann aber keiner dieser Fahrer sein volles Potenzial ausschöpfen. Die Gründe für die Krise sind also ganz klar auf der Motorradseite zu suchen. Teammanager Alberto Putsch hat mittlerweile auch eingestanden, dass man dem Fahrrad einfach mehr bieten muss und ihn in ein konkurrenzfähigeres Motorrad zur Verfügung stellen muss. Und passend dazu ist Alberto Putsch auch in die Offensive gegangen und hat Honda eine Liste an Ingenieuren vorgelegt, die er für sinnvoll, für hilfreich erachten würde für das Projekt, um da eben wieder den Anschluss an die Spitze zu finden. Von Honda gab es dafür aber eine Absage und zwar nicht nur an einzelne Personen, sondern an die Idee insgesamt, man ist weiterhin überzeugt, das Ruder auch mit den eigenen Ingenieuren, mit dem eigenen Team, das man sich da aufgebaut hat, rumreißen zu können. Honda bleibt also seinem altbekannten Weg treu und bedient sich nicht bei der Konkurrenz, etwas, das man in den letzten Jahren in der MotoGP durchaus erfolgreich bei anderen Herstellern gesehen hat. KTM zum Beispiel hat viele Ingenieure von Ducati abgeworben und fährt damit aktuell ganz gut, ist nach Ducati ganz klar die zweite Kraftaktor in der MotoGP. Also man sieht, das kann funktionieren. Das gibt es bei Honda nicht, trotz der anhaltenden Krise. In den letzten Jahren gab es eigentlich nur eine Neubesetzung ohne Stahlgeruch, wie man so schön sagt, also nur eine Neubesetzung, die nicht aus dem internen Honda-Lager gekommen ist. Und zwar war das Ken Kawaguchi, der Technik-Chef der Neue, der nach dem Suzuki-Ausstieg im vergangenen Jahr arbeitslos geworden ist. Und mit dieser Verpflichtung und auch mit der externen Unterstützung, die man von Kalex erhalten hat, wo ja aktuell die Rahmen von Honda gefertigt werden für den MotoGP, wie etwas, das man auch lieber geheim gehalten hätte, das aber nach außen gedrungen ist. Mit diesen externen Hilfen quasi, die man sich da geholt hat, scheint man da bei Honda im Konzern schon eine Schmerzgrenze erreicht zu haben und dementsprechend hat man keine Lust, jetzt auch noch Ingenieure quasi von der Konkurrenz abzuwerben. Ja, dieser Stolz, oder man könnte vielleicht auch von Sturheit sprechen, scheint etwas zu sein, das vor allem die japanische Seite des Projekts betrifft. Also die Honda Racing Corporation, die Zentrale in Japan beim europäisch geprägten Einsatzteam, das eben von Alberto Butch geführt wird, dürfte man da eher die Zeichen der Zeit erkannt haben. Es scheint eine gewisse Spaltung innerhalb des Projekts zu geben. Alberto Butch hat da zuletzt in Assen in einer kurzfristig einberufenden Medienrunde einige sehr interessante Sachen gesagt, die doch relativ tief blicken lassen. Ich gebe euch da mal kurz ein paar Sätze wieder. Er hat gesagt, was genau sich unsere Kollegen in Japan denken oder was genau sie dort machen, weiß ich nicht. Eine bemerkenswerte Aussage muss man sagen und eine, die schon vermuten lässt, dass da bei Honda in gewisser Weise in diesem MotoGP-Projekt zwei unterschiedliche Süppchen gekocht werden. Und das ist schon ein grundlegendes Problem, muss man natürlich sagen. Ein Problem, das es zu lösen gilt. Und solange das nicht passiert, werden wohl auch gewisse Zugeständnisse, die da ja aktuell für Honda und auch für Yamaha im Raum stehen, haben wir in einem eigenen Video vergangene Woche behandelt. Könnt ihr auch gerne anschauen. Solange da die Grundprobleme bei Honda nicht gelöst werden, werden wohl auch diese Zugeständnisse am aktuellen Status quo nicht viel ändern. Das war es mit einem kleinen Einblick in die internen Zerwürfnisse im Honda-Lage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, würde ich wie immer gerne den Daumen nach oben dalassen und unseren Kanal abonnieren am besten auch gleich die Glocke, Leute. Dann geben Sie jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir hier neue Videos haben. Ist schon kommende Woche wieder soweit. Auch in der Sommerpause gibt es regelmäßig Content hier. Also ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.